Das Netz aus dem vorhergehenden Beispiel wird über einen Router R2 mit einem zweiten Netz verbunden. Wir haben also die Netze 192, 175, 123, 0 und 122, 0. Der Router R2 hat zwei Interfaces, über die er jeweils an eins der Netze angeschlossen ist. Welche Einträge müssen die Routing-Tabellen haben, damit alle Hosts untereinander und auch mit dem Internet kommunizieren können? Beginnen wir mit Host A. Er kann direkt mit Host B und Router R2 und mit Router R1 kommunizieren, da alle dem Netz 123, 0 angeschlossen sind. Hierfür ist also kein Eintrag in der Routing-Tabelle notwendig. Möchte Host A Daten an Host C senden, der sich im Netz 122, 0 befindet, muss A die Daten an den Router R2 schicken. Die Routing-Tabelle bekommt folgenden Eintrag. Alle Hosts im Netz 122, 0 sollen über den Router 123, 4, also R2, erreicht werden. Sobald Host A mit dem Internet kommunizieren will, müssen die Daten über den Router R1 geschickt werden. Der Eintrag für den Standard-Router, der alle Pakete vermitteln sollen, die nicht direkt im Netz und nicht an Netz 122, 0 verschickt werden sollen, lautet daher 123, 1. Für Host B gilt dasselbe wie für Host A. Er ist direkt verbunden mit Host A und den Routern R1 und R2. Für das Netz 122, 0 werden die Daten an den Router R2 geschickt. Der Standard-Router ist der Router R1. Host C kann nur über den Router R2 mit den anderen Hosts oder dem Internet kommunizieren. Deshalb lautet sein Eintrag in der Routing-Tabelle, der Standard-Router ist der Router 122, 1. Der Router R1 ist über eine PPP-Leitung direkt an das Internet angeschlossen und benötigt hierfür keinen Eintrag in der Routing-Tabelle. Auch Host A und B und den Router R2 kann er direkt über das Netz 123, 0 erreichen. Um auch mit Host C kommunizieren zu können, hat er folgenden Eintrag in seiner Routing-Tabelle. Standard-Router soll der Router 123, 4, also R2, sein. Der Router R2 kann direkt mit den Hosts A, B und C und mit Router R1 kommunizieren. Um ins Internet zu kommen, muss er die Daten über R1 verschicken. Deshalb sieht seine Routing-Tabelle so aus. Standard-Router ist R1. Nun können alle Rechner untereinander und mit dem Internet kommunizieren. Betrachten wir nun einige Fälle. Möchte zum Beispiel Host C ein Datagramm an das Internet schicken, zum Beispiel an Host Z, geschieht folgendes. Er vergleicht seine Netz-ID mit der Netz-ID des Empfängers. Sie sind nicht gleich. Deshalb wird in der Routing-Tabelle ein Eintrag für die Empfängeradresse gesucht, aber nicht gefunden. Danach wird der Eintrag für den Standard-Router gesucht. Das Datagramm wird an 122.1 also an den Router R2 gesendet. R2 vergleicht die Netz-IDs. Da sie nicht gleich sind, wird in der Routing-Tabelle ein Eintrag für die Empfängeradresse gesucht. Da es keinen Eintrag gibt, wird das Datagramm an den Standard-Router R1 123.1 gesendet. Host C hat keine Information darüber, wie der Router R1 das Datagramm weitersendet. Der Router R1 erhält aus dem Internet ein Datagramm für den Empfänger 120.10.11.11. Router R1 vergleicht die Netz-IDs. Da sie nicht gleich sind, sieht er in der Routing-Tabelle nach. Das Datagramm wird an den Standard-Router 123.4, also an R2, gesendet. R2 vergleicht die Netz-IDs. Da sie nicht gleich sind, wird das Paket an den Standard-Router 123.1, also an R1, zurückgesendet. R1 sendet das Datagramm wiederum ins Internet zurück. Jetzt muss man sich fragen, ob dieses Verhalten richtig ist. Vielleicht wäre es günstiger, dass im Router R1 kein Standard-Router definiert wird, sondern folgender Eintrag. Nur Hosts im Netz 122.0 sollen über den Router 123.4, also R2, erreicht werden. Dann würde R1 das Datagramm nicht weitersenden, sondern es vernichten und die Fehlermeldung Netz bzw. Host nicht erreichbar erzeugen und an den Absender zurücksenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017